Hallo, in den letzten Wochen bin ich immer wieder mal gefragt worden, ob ich nicht mal einen Saug- und Wischroboter vorstellen kann, der nicht ganz so teuer ist, aber dennoch eine Absaugstation hat. Absaugstationen, das sind ja diese Stationen, die den Roboter automatisch entleeren, wo der Schmutz dann praktisch in Staubbeutel gefüllt wird und was ihm besonders hygienisch und bequem ist. Die meisten Geräte sind noch recht teuer, aber wir haben jetzt ein Gerät gefunden, was wirklich relativ günstig ist und dennoch über alle modernen Features wie Raumnavigation, Live-Karte, regelbare Wassermenge usw. verfügt. Und zwar ist das der Reutme Eve Plus. Das Gerät haben wir jetzt in den letzten Wochen ausführlich getestet und in dem Video möchte ich euch die Testergebnisse und das Gerät näher vorstellen. So, bevor ihr den Saugroboter oder Saug- und Wischroboter in Aktion seht und bevor wir die einzelnen Tests und Saugtests machen, dann zeige ich euch mal den Lieferumfang. Das sind also zwei Pakete, weil es ja eine Absaugstation und der Roboter ist. Ich erzähle euch, was alles mitgeliefert wird, erzähle euch ein bisschen was zu dem Gerät. Und es gibt dann auch noch einen zweiten Teil zu dem Video, also ein zweites Video, wo ihr dann noch weitere Saugtests sehen werdet. Aber am Schluss dieses Videos schauen wir uns nochmal die Leistung im Wohnraum an. Es gibt natürlich auch den kompletten Testbericht, den ihr auf meiner Webseite nachlesen könnt. www.akku-und-roboter-staubsauger.de Kennt ihr es sicher schon. Da findet ihr auch die kompletten Daten und könnt das Gerät vergleichen. Findet auch die Bezugsquellen, Preisvergleiche usw. So, dass ihr euch da eben schnell ein Bild machen könnt. Da findet ihr auch die beiden Videos, als auch noch weitere Videos von anderen Testern zu diesen und anderen Geräten. Die Links sind natürlich auch in der YouTube-Videobeschreibung hier unter dem Video zu finden. So, ich packe jetzt erstmal den Roboter aus. Hier ist das dicke Bedienungshandbuch. Das ist mehrsprachig. Enthält auch einen großen deutschen Teil. Wird ja komplett der Roboter in Deutschland vertrieben. Hat also CE-Zeichen. Alles, was man sich so wünscht. Natürlich auch deutschen Netzstecker. Es gehört zur Xiaomi-Familie. Also Xiaomi ist ja mittlerweile sehr bekannt. Das ist eine Markenfirma praktisch aus China. Kann man vergleichen, etwa wie Apple in der USA. Das ist ungefähr Xiaomi in China. Also gehört eher in China zu den teureren Herstellern. Im Westen ist natürlich Xiaomi immer noch relativ günstig, wenn man das mit den Preisen hier vergleicht. Das hier ist der Wischaufsatz. Sieht ähnlich aus wie bei den meisten Saugaufsatz. Damit kann er natürlich auch Böden nass wischen. Der hier enthält keinen Wassertank. Das Wasser kommt in den Schmutzbehälter, in den normalen Schmutzbehälter hinein. Denn der normale Schmutzbehälter hat zwei verschiedene Bereiche. Einmal, wo er den Schmutz aufnimmt. Und einmal, wo das Wasser reinkommt. Und da kann auch die Wassermenge dann per Smartphone-App geregelt werden. Aber dazu komme ich dann später. Hier sind wiederverwendbare Reinigungstücher. Die werden auch mitgeliefert. Da werden zehn Stück mitgeliefert. Kann man natürlich auch nachkaufen. Kann man also überlegen, was man verwenden will. Die wiederverwendbaren sind halt hygienischer, weil man sie danach einfach wegwirft. Wegwirft den Mikrofasertuch. Das Mikrofasertuch muss man halt auswaschen. Das ist der HEPA Feinfilter. Das ist ein Ersatzfilter. Einer ist bereits im Schmutzfach verbaut. Der ist besonders groß, was eigentlich sehr gut ist. Dadurch hat er einen sehr guten Luftdurchlast. Normalerweise ist das gut für eine höhere Saugleistung. Und jetzt holen wir uns mal den Roboter raus. Den eigentlichen Saug- und Wischroboter. Der sieht etwas anders aus als andere. Also im Grunde sieht er gleich aus vom Aufbau. Der Unterschied ist eben da hier die Farbwahl. Dieser ist schwarz-weiß. Normalerweise sind sie meistens schwarz oder weiß. Beide Formen. Die Xiaomi-Geräte sind meistens weiß. Aber mittlerweile gibt es auch viele in schwarz. Hier hat man sich entschieden, schwarz-weiß zu nehmen. Dadurch ist er jetzt erst mal unverkennbar. Denn mir ist jetzt kein Gerät bekannt von einem anderen Hersteller, was eine ähnliche Farbwahl besitzt. Von daher leicht erkennbar. Und ich finde es auch relativ schick. Man mag ja immer das, was man nicht kennt. Und schwarz und weiß ist man halt gewohnt. Da ist das hier mal ein bisschen was erfrischend anderes. Das Schmutzfach, habe ich schon gesagt, das hat zwei separate Behälter. Hier kann man einmal das Wasser einfüllen für das Wischen. 250 Milliliter, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genauen Daten könnt ihr aber auf meiner Webseite auch nochmal nachlesen. Also auf jeden Fall reicht das für mehrere Räume, wenn ihr die wischen möchtet. Der geht auch relativ sparsam mit Wasser um. Aber das zeige ich euch dann im zweiten Video nochmal ein bisschen ausführlicher. Man kann den Filter oben abnehmen. Erstmal habe ich gesucht, ob es da noch eine zweite Öffnung gibt. Nein, der Filter ist praktisch auch gleichzeitig die Öffnung, falls man ihn manuell entleeren möchte. In der Praxis ist es ja so, dass er eigentlich manuell gar nicht entleert wird. Denn es wird ja diese automatische Absaugstation mitgeliefert. Die gehört zum Reutme IF Plus, zum Standard bei der Auslieferung. Und die saugt den Schmutzbehälter von hinten ab, wenn er andockt. Das heißt, der Roboter dockt an die Ladestation mit der Hinterseite an. Und da hat man hinten diese Öffnung hier. Die ist normalerweise durch eine Federklappe verschlossen. Der Roboter saugt aber dann so stark, dass sich diese Klappe automatisch öffnet. Und dann wird der ganze Schmutz praktisch hinten automatisch abgesaugt und in einen Schmutzbeutel gefüllt. In der Absaugstation steckt ein Schmutzbeutel drin und da wird der Schmutz gesammelt. Den kann man eben so sammeln. Je nachdem, wie groß die Wohnung ist, kann das ein bis zwei Monate dauern, bis so ein Schmutzbeutel voll ist. Und dann kann man den Schmutzbeutel einfach wegwerfen und einen neuen einsetzen. Also eine ganz hygienische Sache. Das ist natürlich immer für die Leute interessant, die ja erstmal allergisch bei Schmutz sind und mit Schmutz nicht so oft in Kontakt kommen dürfen oder wollen. Da ist das natürlich eine feine Sache mit diesen Schmutzbeuteln. Oder wenn man es eben ganz bequem haben möchte, wenn man beispielsweise die Wohnung auch sauber haben möchte, wenn man in Urlaub ist oder so, dann kann man den Roboter beispielsweise jeden Tag reinigen, auch wenn man nicht da ist. Und trotzdem wird er immer entleert. Also ist natürlich auch bequemlich eine feine Sache. Man muss sowas nicht haben, aber es ist schon eine schöne Sache und ist momentan ganz modern. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Bürste unten an. Das ist jetzt die Abdeckung. Hier hat es mich ein bisschen gewundert, dass es nur einen Schieber gibt. Das ist ungewöhnlich. Hatten wir bislang noch nicht. Die meisten haben immer so zwei Tasten, die man reindrücken muss. Deswegen habe ich hier dreimal geschaut, ob da eventuell einer abgebrochen ist oder so. Nein, es ist wirklich nur einer vorgesehen. Man braucht hier nur eine Taste drücken und dann kann man diese Abdeckung abnehmen. Ist durchaus praktisch. So, schauen wir uns nochmal die Bürste an. Die sieht eigentlich aus wie bei den meisten Xiaomi-Geräten, also beispielsweise bei den Dream-Geräten, Dream D9 und was es so alles gibt, oder den Roborock-Geräten. Da sieht die Bürste eigentlich sehr ähnlich aus. Hat Gummi-Lamellen als auch mittelweiche Borsten. Ist aber nicht baugleich. Ist also nicht kompatibel. Ihr könnt da weder die Dream-Bürsten noch die Roborock-Bürsten einsetzen. Ihr müsst also spezielle Reutmi-Bürsten nachkaufen. Die sind aber genau wie die Filter- und Schmutzbeutel relativ leicht erhältlich. Ich verlinke euch die auch mal bei mir im Testbericht. Ansonsten sieht der Roboter auf der Unterseite ähnlich aus wie andere Roboter. Das heißt, er hat zwei Seitenbürsten. Viele haben ja nur eine Seitenbürste. Der Roboter hat ja zwei Seitenbürsten. Und Absturz-Sensoren, also damit er nicht die Treppen hinunterfällt usw. Da sind vier Absturz-Sensoren verbaut. Manche Roboter haben auch sechs Absturz-Sensoren. Aber wir haben da keine Nachteile festgestellt bei Robotern, die eben nur mit vier Absturz-Sensoren arbeiten. Der arbeitet genauso zuverlässig. Das Akku ist übrigens auch ein großes Akku. Obwohl der Preis ja von dem Gerät hier relativ günstig ist, ist ein großes 5200 mAh Akku verbaut. Der Preis von dem Roboter liegt ja zum Testzeitpunkt um die 400 Euro. Da ist aber bereits die Absaugstation enthalten. Und das ist natürlich ein super Preis. Da bekommt man viele andere Geräte nur ohne Absaugstation. Bei manchen kostet die Absaugstation schon über 300 Euro ganz alleine. Den Wischaufsatz kann man ganz einfach von hinten anstecken. Und man drückt wieder zwei Tasten hinten, um ihn wieder abzunehmen. Das hat zuerst mal, ich glaube ich, Roborock in der Art so eingeführt. Und mittlerweile gibt es mehrere Roboter, die das auf ähnliche Weise machen. Den Schmutzbehälter braucht man in der Regel ja nicht entnehmen, weil ja der immer abgesaugt wird von der automatischen Absaugstation. Man muss ihn eigentlich nur entnehmen, wenn man mal den HEPA-Filter säubern muss oder möchte. Das sollte man schon alle ein, zwei Wochen mal machen, damit einfach da kein Schmutz zwischen dem Filter sich da festsetzt. Der hat leider keinen Vorfilter. Einen Vorfilter hätte ich mir da noch gewünscht vor dem HEPA-Filter. Da hat man ein bisschen gespart. Dadurch sollte man ihn vielleicht etwas öfters mal reinigen und irgendwann dann auch mal durch einen neuen ersetzen. Ein Ersatzfilter liegt ja bereits bei. Ansonsten muss man den Schmutzbehälter eigentlich nur entnehmen, wenn man eben Wasser einfüllen muss, um die Wischfunktion zu nutzen. So, ich habe jetzt mal die Absaugstation ausgepackt. Ihr habt es gesehen. Die sieht relativ schick aus. Schön flach, finde ich. Ist auch komplett aufgebaut. Man kann sie also sofort aufstellen und hat vorne ein kleines Touch-Display. Da wird, das zeige ich euch nachher nochmal gleich, hinten ist so eine Öffnung, hier so eine Glassichtöffnung. Da kann man reinschauen und schauen, ob irgendwie noch Schmutz, wenn mal was verstopft ist, Schmutz drin hängt. Kann man zur Not auch abschrauben und dann den Luftkanal reinigen. Ansonsten wird nur der Netzstecker angesteckt mit einer normalen Kaltstecker-Verbindung. Oben kann man eine Klappe einfach aufklappen und da steckt praktisch der Schmutzbehälter oder der Staubbeutel drin. Den kann man ganz einfach rausziehen. Das ist ein ähnlicher Staubbeutel wie beim Haushaltsstaubsauger. Der verschließt sich automatisch beim Rausnehmen, damit ihm kein Staub herausfallen kann. Kann man dann einfach wegwerfen und einen neuen einsetzen. Vier Stück werden bereits mitgeliefert. Das ist schon wunderlich und schon bemerkenswert. Meistens sind da die Hersteller immer ein bisschen geizig. Aber hier hat man gleich vier Stück mitgeliefert. Kann man natürlich auch nachkaufen. Alternativ kann man da sicher auch einen wiederverwendbaren reinmachen, falls man Kosten sparen möchte. Hygienischer ist es natürlich, wenn man die immer neu ersetzt. Das Schmutzfach ist auch sehr schön abgedichtet. Hat oben einen schönen weißen Gummiring mit schönen weichen, ich glaube das ist eine Silikondichtung, die schön weich ist. Und immer wenn man es runterklappt, der Deckel ist relativ schwer, dann sorgt das Eigengewicht dafür, dass das richtig luftdicht verschlossen wird. Und durch die Saugleistung wird er natürlich auch noch mal zusätzlich angezogen und abgedichtet. Also das ist sehr ordentlich verarbeitet und hat auch in der Praxis sehr ordentlich funktioniert. Das kann ich schon verraten. Hier ist das Netzkabel für die Absaugstation. Die Absaugstation ist ja auch gleichzeitig die Ladestation. Die lädt also auch den Roboter auf. Das Netzkabel ist natürlich für deutsche Steckdosen geeignet. Könnt ihr ganz normal in die Steckdose stecken. Ist etwa ein Meter lang. Ist also nicht riesig lang. Ihr solltet also eine Steckdose in der Nähe von der Absaugstation haben. Aber man kann alternativ, wenn das ein bisschen weiter weg sein sollte, natürlich auch im Handel ein ganz normales Netzkabel kaufen. Das ist ein ganz normales Netzkabel mit Kaltstecker. Da gibt es viele Geräte, die solche Stecker haben. Und da kann man auch andere Netzkabel, die eventuell länger sind, anschließen, falls das notwendig sein sollte. So, hier seht ihr nochmal den Lieferumfang der Absaugstation. Also im Grunde nur diese vier Staubbeutel und eben das Netzkabel. Mehr brauchen wir nicht. Das Netzkabel wird einfach hinten angesteckt. Denen steckern die Steckdose. Und im Prinzip kann man dann sofort, nicht nur im Prinzip, sondern in der Praxis, kann man dann sofort loslegen. Man kann den Roboter starten und zur Ladestation zurückschicken. Das machen wir gleich mal hier an der Ort und Stelle. Ich drücke einfach mal die Home-Taste. Er hat oben drei Tasten. Man sieht eigentlich nur so von Weitem eine. Das sind so kleine Leuchttasten. So eine Art Touch-Display hat der Roboter. Übrigens die Ladestation auch. Ich blende sie gleich nochmal ein bisschen größer ein. Dann seht ihr das. An dem Touch-Display der Ladestation könnt ihr das Absaugen auch manuell starten. Aber in der Regel ist das ja nicht notwendig. Das macht der Roboter natürlich alles selbstständig. So, jetzt dockt der Roboter automatisch mit der Hinterseite an. Er dreht sich immer vor der Ladestation einmal um und dockt dann mit der Hinterseite an. Normalerweise, wenn er vorher gesaugt hätte, dann würde er jetzt automatisch abgesaugt. In diesem Fall weiß die Ladestation, dass noch kein Schmutz vorhanden ist und saugt nicht ab. Auf dem Display der Ladestation vorne seht ihr ja immer den Akkuzustand des Roboters. Also die 73, die hier angezeigt wird. Das heißt 73% ist das Akku des Roboters geladen. Und jetzt geht das praktisch langsam hoch bis auf 100%. Weiterhin erscheint am Display noch ein Symbol, sobald der Staubbeutel voll ist und ausgewechselt werden muss. Oder man könnte per Touch-Taste praktisch die manuelle Absaugung starten, was aber in der Praxis nicht notwendig ist. So, jetzt ist praktisch eine Stunde, etwa eine Stunde rum. Der Roboter ist komplett geladen. Er war ja schon fast voll. Es zeigt also jetzt 100% an, das Display. Und wir haben ja hier jetzt ein Messgerät angeschlossen, damit wir mal schauen, wie die Standby-Stromaufnahme ist. Die ist also 3,3 Watt, wenn der Roboter aufgeladen ist. Man könnte das sogar noch reduzieren, denn in der App lässt sich das Touch-Display der Ladestation abschalten und dann wären das sogar nur noch 2 Watt. Also das sind gute Werte. So, für die Interessierten jetzt nochmal die Standardmaße. Der Roboter ist praktisch 350 mm breit. In der Tiefe hat er 35,5 cm, also 355 mm. Und die Höhe beträgt 99 mm, also 2 mm höher als beispielsweise der Triem oder andere. Also ist immer noch recht niedrig, ein gutes Maß. Und der Bumper ist etwa 22 mm hoch. Die Bürstenbreite, also die reine Borstenbreite, die ist ähnlich wie bei anderen Robotern, die liegt etwa bei 16,5 cm. Und das Gesamtgewicht des Roboters, das beträgt 3,15 kg. Die genauen Werte und noch viele weitere Werte, die könnt ihr aber auch bei mir in der Tabelle im Testbericht nachlesen. Wie gesagt, Link ist in der YouTube-Beschreibung oder www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Einfach da schauen. So, hier habe ich das Gerät in Betrieb genommen. Das ist ja relativ einfach. Einfach Ladestation, wo man Platz hat, irgendwo aufstellen. Und in den Netzstecker machen. Und dann einfach den Roboter davor stellen, damit der nochmal komplett auflädt, wenn er noch nicht geladen ist. Und dann kann man eigentlich schon die App mit dem Roboter verbinden. Man kann den Roboter natürlich auch ohne App benutzen. Dann hat man die drei Tasten. Aber richtig Sinn macht so ein komfortabler Roboter wie dieser natürlich nur mit einer Smartphone-App. Ich lasse ihn gleich mal andocken. Habe einfach gleich hier die Home-Taste gedrückt. Dann seht ihr auch nochmal, wie er andockt. Das sieht doch immer schick aus. Ich mag diese Roboter, die immer vor der Ladestation sich einmal rumdrehen und dann ordentlich einparken. Das sieht immer wieder hübsch aus. Ihr habt es gehört, er spricht momentan noch Englisch. Das liegt einfach daran, dass wir die App noch nicht verbunden haben und wir noch nicht auf die deutsche Sprachausgabe umgeschaltet haben. Die App lässt sich relativ leicht verbinden. Brauche ich, glaube ich, wenig zu sagen. Geht wie bei jedem anderen Roboter. Ihr könnt sie einfach runterladen. Wir nehmen die Xiaomi Home App. Die Xiaomi Mi Home App. Die kann man für den Roboter nutzen. Die wird ja bei vielen Robotern genutzt. Auch beim Roborock oder bei Trim-Robotern. Die kann man alle mit der gleichen App nutzen. Man kann auch die Reutme App. Es gibt noch eine spezielle Reutme App, die man auch nehmen könnte. Ich verlinke euch mal beide im Testbericht. Aber von der Bedienung sind sie praktisch identisch, weil ja eigentlich derselbe Programmcode oder nahezu der gleiche Programmcode auch dann immer in die Xiaomi App eingebunden wird. Also da gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Ich nehme da lieber die Xiaomi App, weil die eben auch für viele andere Roboter geeignet ist. und dann braucht man eben nicht so viele Apps zu installieren. Die Verbindung ist relativ leicht gewesen. Habt ihr gesehen, man muss im Prinzip nur zwei Tasten drücken und dann eigentlich nur den Anweisungen der App folgen. Und dann ist der Roboter gekoppelt. So, ich zeige euch jetzt gleich mal, wie der Roboter im Wohnraum navigiert. Hier habe ich noch ein bisschen Schmutz extra verteilt. Also habe ich hier noch ein paar Haare verteilt, Semmelmehl habe ich alles nochmal an den Teppich verteilt, damit er auch noch richtig kräftig zu tun hat. Und zusätzlich verteile ich hier jetzt überall noch Papierschnipsel, einfach damit ich auch wirklich gut nachvollziehen kann, ob der Roboter auch wirklich überall gefahren ist und keine größeren Bereiche einfach komplett ausgelassen hat. Das kann man mit Papierschnipseln immer gut testen. Aber wenn ihr unsere Testberichte regelmäßig schaut, dann kennt ihr diese ganzen Tests ja schon. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ihr seht jetzt links auch immer eingeblendet das Bild der Smartphone-App. Hier habe ich jetzt die maximale Saugleistung eingestellt und ich werde jetzt den Roboter praktisch starten und nur für diesen Raum starten, also mit der Raumreinigung. Man kann ja immer in der App wählen, ob er alles reinigt oder ob er einzelne Räume reinigt. Ich werde jetzt nur diesen Testraum reinigen lassen und wir stoppen gleichzeitig auch mal die Zeit, wie lange das so dauert. Hier schalte ich jetzt auf die maximale Saugleistung. Unten kann man übrigens auch festlegen, ob er doppelt reinigen soll. Das ist ein sehr gutes Feature bei dem Roboter. Das können zwar auch andere, aber bei anderen muss man das jedes Mal wählen, wenn er das machen soll. Da wird es immer wieder zurückgeschaltet und hier bei dem Roboter ist es so, es bleibt dauerhaft eingeschaltet. Das ist eine sehr praktische Sache, weil der Roboter auch um 90 Grad versetzt reinigt. Also er fährt einmal die Bahn von links nach rechts und einmal vor und zurück. Also er reinigt praktisch über Kreuz, wenn ihr die doppelte Reinigung einschaltet und habt dadurch eine wirklich super gründliche Reinigung. Und das müsst ihr nicht jedes Mal einschalten, sondern das bleibt halt dauerhaft eingeschaltet. Das ist wirklich sinnvoll und funktioniert sowohl bei einzelnen Räumen, einzelnen Bereichen und so weiter. Also muss ich wirklich loben, das finde ich richtig gut. So, die habe ich aber jetzt nicht eingeschaltet. Ich habe jetzt nur die einfache Reinigung eingeschaltet, damit wir einfach mal schauen, wie er ganz normal fährt. Da ist er übrigens auch schon sehr gründlich, wie ihr gleich sehen werdet. Einen Bug habt ihr, seht ihr jetzt hier auch. In der App, der Bug liegt nicht in der Firmware, sondern in der App. Die App aktualisiert sich nicht. Ihr seht hier jetzt immer noch die Fahrtstrecke der letzten Reinigung eingezeichnet im Raum. Das sind die Fahrbahnen. Und die Position des Roboters wird auch nicht aktualisiert. Deswegen gehe ich immer wieder zurück ins Hauptmenü. Jetzt habt ihr es gerade gesehen. Und gehe dann nochmal in die App. Und dann stimmt die Anzeige wieder. Jetzt wird sie auch regelmäßig aktualisiert. Und alles ist so, wie es sein soll. Also fast alles. Nicht alles, denn unten die Quadratmeter. Und die Zeit, die er eigentlich angeben sollte, die wird immer noch nicht aktualisiert. Na gut, damit kann man leben. In dem Fall jetzt so und so, weil wir sie ja zusätzlich einblenden. Aber normalerweise sollte die App auch die aktuelle Zeit einblenden. Macht sie hier nicht. Wird nicht immer aktualisiert. Aber immerhin wird jetzt die Karte aktualisiert. Also da gibt es noch ein paar Bugs, die noch nicht so ganz ausgeheift sind bei der App. Das sollte man unbedingt noch in einem Update korrigieren. Ist an sich nicht so hübsch. Wie gesagt, man kann auch so damit leben. Ihr seht es ja, man kann ihn bedienen. Und mit einem Trick kann man eben das auch, wenn man wieder zurück geht und wieder rein, dann funktioniert das einigermaßen. Aber ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass man hier mit Tricks arbeiten muss. Das sollte richtig ordentlich funktionieren. Sollte der Hersteller unbedingt noch ein Update nachliefern. Die Firmware des Roboters kann ja auch per App aktualisiert werden. Also das ist wie bei allen anderen Robotern. Man kann jederzeit natürlich die App aktualisieren und die Firmware aktualisieren. Und ich hoffe, dass der Hersteller das auch regelmäßig macht. Hier hinten bei unserem Kratzbaum, da fährt er ein bisschen auf die Kante. Aber das machen fast alle Roboter, die wir testen. Das ist ungefähr 18 Millimeter hoch und ein klein bisschen abgeschrägt. Auf solche Stellen fährt er drauf. Das kann man leider bei solchen Gegenständen nicht verhindern. Wenn er da nicht drauf fahren würde, dann würde er ja auch keine höheren Türschwellen nehmen. Also da muss man immer einen Kompromiss machen. Bei dem müssen die Hersteller immer einen Kompromiss machen. Und wenn einen das stört, muss man halt solche Beine vermeiden. Oder einfach von einem Kratzbaum jetzt oder ein bisschen höher stellen. Aber hier stört das nicht weiter. Und wie gesagt, das machen die meisten Saugroboter. Der Roboter reinigt jetzt hier die Bahn quer. Also von der Sichtweise jetzt von vorne nach hinten. Und am Anfang ist er einmal drum herum gefahren. Am Rand habt ihr ja gesehen. Und jetzt wird praktisch der Raum bahnweise gereinigt. Wenn ein Hindernis dazwischen ist, dann wird dieses Hindernis erst richtig ordentlich umfahren. Und hier seht ihr, ihr seht ja, ihr macht das wirklich sehr ordentlich. Und der Roboter ist an sich sehr flott unterwegs. Ich zeige euch halt jetzt noch mal ein paar Auslegende. Ich werde es dann vielleicht mal ein bisschen beschleunigen. Aber ich will euch da erst noch mal ein paar Minuten zeigen. Da kann ich euch dann auch noch das ein oder andere erzählen. Zum Beispiel vielleicht zur Lautstärke ist zu sagen, dass der Roboter in der maximalen Lautstärke, wenn er die maximale Lautstärke wählt, doch relativ laut, vielleicht bin ich mal still, dann hört ihr es. Ihr habt es gehört. Aber das ist natürlich immer im Video schlecht einzuschätzen. Da klingt manches lauter als es ist. Oder manches leiser als es ist. Also das kann man im Video immer schlecht einschätzen. Ich kann euch aber sagen, es klingt relativ laut im Vergleich zu anderen Robotern. Wir haben ja schon sehr viele getestet. Und da gehört er eindeutig zu den lauteren Robotern. Wenn ihr es in Zahlen wissen wollt, gemessen haben wir einen 1 Meter Abstand, 71 dB in der maximalen Saugstufe. Das reduziert sich natürlich enorm, wenn ihr eine kleinere Saugstufe wählt. Wenn ihr beispielsweise die Standard-Saugstufe nehmt, dann ist das noch nur 62 dB. Da ist das dann schon wieder relativ leise. In der Standardstufe kann der Roboter auch automatisch die Saugleistung erhöhen, wenn er auf Teppich fährt. Diese Option kann man in der App einschalten. Gibt es ja bei vielen Apps mittlerweile oder bei vielen Saugrobotern. Das gibt es hier auch. Dazu ist aber zu sagen, dass die Erkennung, bis er umschaltet, leider relativ lange dauert. Da gibt es viele Modelle, bei denen das so ist. Nicht alle, aber einige. Und das ist hier auch so. Es dauert ungefähr, es kann bis zu 2 Meter, kann es sein, dass er auch 2 Meter auf dem Teppich erst fahren muss. Und dann schaltet er es um. Manchmal auch schon nach 1,50 Meter. So im Dreh ist das. Kommt natürlich auch ein bisschen an auf den Teppich wahrscheinlich. Wenn ihr einen sehr hohen Teppich habt, dann geht das ein bisschen schneller. Wenn es aber so ein Teppich ist, wie ihr hier im Bild jetzt seht, da dauert das dann wirklich fast 2 Meter, bis er umschaltet auf die hohe Saugstufe. Und da ist er ja schon wieder fast auf der anderen Seite wieder runter, wenn er jetzt so drüber fährt. Und das ist natürlich nicht so optimal. Deswegen bringt das nicht so viel bei vielen Teppichen. Bei kleinen Teppichen bringt es einfach nicht so viel. Da ist es dann sinnvoller, die maximale Saugstärke generell einzuschalten. Dann ist er da einfach gründlich. So, hier fährt er jetzt über unseren Teppich, wo wir diese große Verschmutzung drauf haben. Das wird er nicht komplett runter bekommen. Das hat bis jetzt eigentlich noch kein Roboter 100% sauber bekommen in einem Durchlauf. Da wird sicherlich noch einiges übrig bleiben. Aber mal schauen, wie viel. Das ist eben das Entscheidende. Bei so einer großen Verschmutzung sind die meisten Saugroboter doch ein bisschen überlastet, wenn sie das in einem Durchgang runter bekommen sollen. Wenn er hier die Gelegenheit hat, mehrmals zu saugen, wenn er beispielsweise die doppelte Reinigung einschaltet, oder wenn er einfach den Roboter mehrfach startet, dann bekommt er so einen Teppich dann schon wesentlich sauberer. Aber das werden wir dann auch noch mal sehen, wenn er jetzt hier mit dem Raum fertig ist. Navigieren tut der Roboter sehr gut. Also sowohl jetzt bei dem einzelnen Raum hier, aber auch wenn ihr ihn in der Wohnung in mehreren Räumen fahren lässt. Er fährt immer gezielt dahin, wo er reinigen soll. Wenn er jetzt beispielsweise einen anderen Raum reinigt, eine Küche oder ein Büro oder was alles, dann fährt er eben erst dahin, reinigt den Raum, und fährt dann zurück zur Ladestation. Ihr könnt natürlich auch mehrere Räume in einen Rutsch reinigen lassen oder die ganze Etage. Das kann alles der Roboter, das kann man alles auch vorprogrammieren. Ihr müsst das also auch nicht manuell starten. Wie bei allen modernen Saugrobottern hat der natürlich hier auch einen Timer. Und ihr könnt vorprogrammieren, dass er jetzt einmal am Tag diesen Raum reinigt, am nächsten Tag den Raum. Ihr könnt auch sagen, am Vormittag soll er diese zwei Räume reinigen und eine Stunde später den Raum. Also man kann auch mehrere Timer programmieren, pro Tag definieren. Man kann während der, bei jeder Timer-Programmierung angeben, welche Räume gereinigt werden sollen, einzelne oder auch mehrere oder alles. Man kann die Saugstufe festlegen und man kann auch die Wassermenge festlegen, falls er nass wischen soll. Das Besondere ist bei dem Roboter, was die meisten nicht können, der Roboter kann auch festlegen, dass die Räume mit unterschiedlicher Saugleistung gereinigt werden sollen. Das können wirklich ganz wenige Roboter. Ihr könnt also sagen, vorprogrammieren, dass beispielsweise die Küche, die ist vielleicht immer schmutzig, weil da gekocht wird, Mehl auf dem Boden oder vielleicht auch die Katzenäpfel oder das Katzenklo oder was weiß ich. und da muss vielleicht öfters gesaugt werden. Dann könnt ihr sagen, da soll immer an der höchsten Saugstufe geeinigt werden und in einem anderen Raum, wo ihr vielleicht selten seid, Bibliothek, was weiß ich, da soll er vielleicht, da reicht die schwache Stufe. Könnt ihr alles vorprogrammieren und dann macht er das automatisch. Das kann beispielsweise der neue Roborock, der ist 7 oder ich glaube der Vorgänger auch schon, also wirklich nur sehr teure Roboter, die das können. Es gibt ganz wenige, die das können. Also da muss man schon sagen, da hat hier ein Reutmi wirklich tolles Paket geschnürt. Also für den Preis, das Ding kostet ja, wie gesagt, im Augenblick etwas über 400 Euro zum Testzeitpunkt und da ist es an Features, haben die wirklich viel reingepackt. Der kann eigentlich alles, was man sich wünscht, das Einzige, was er vielleicht nicht hat, was es schon gibt, das ist so ein vibrierender Mob. Es gibt auch einige Neuereien, wie der Roborock S7, die haben einen vibrierenden Mob. Da haben wir ja auch schon einige Modelle getestet, wenn euch das interessiert, also wenn ihr nass wischen wollt und der Mob soll richtig vibrieren, damit einfach die Wischleistung stärker ist, das kann der noch nicht. Das können viele noch nicht. Da gibt es nur wenige Modelle, die das können. Allerdings muss man sagen, dass der große Vorteil von so einem vibrierenden Mob auch oft überschätzt wird. Also so riesig viel besser ist da die Reinigung auch nicht. Hier kann man zumindest die Y-Wischbewegung aktivieren. Das heißt, auch beim Wischen fährt der Roboter vor und zurück, mal vor nach rechts, mal vor nach links und zurück und du dadurch praktisch eine etwas bessere Wischbewegung simulieren. Das funktioniert aber auch nur in etwas größeren Räumen oder mittleren Räumen, so wie dem, da würde das schon funktionieren, hier in dem Raum, auf kleinen Flächen, ja, jetzt ein, zwei Quadratmeter, da sieht man das dann weniger. Aber in der Regel kann man eben das aktivieren. Man kann es auch auslassen, da ist das Wischen ein bisschen schneller, aber in der Praxis würde ich empfehlen, diese Y-Wisch-Form durchaus zu aktivieren. Denn die Wischfunktion, die zeige ich euch übrigens noch mal im nächsten Video, da werden wir die noch mal auf der Testfläche checken. Wir checken dann mal, wie das Wasser verteilt wird, wie schnell das geht und wie gleichmäßig. So, was gibt es noch zu sagen? Ach ja, die Sprachausgabe, die gibt es in Deutsch, das hatte ich ja schon gesagt, aber es gibt hier sowohl eine weibliche als auch eine männliche deutsche Stimme. Das finde ich doch ganz angenehm, weil man doch bei den Mais-Robotern immer wieder eine weibliche hat. oftmals klingt die sogar gleich und da ist es doch mit der Zeit ein bisschen langweilig, wenn man immer wieder die gleiche Stimme hat. Hier kann man auch mal eine männliche nehmen, das ist mal was Neues und von daher finde ich das auch eine sehr schöne Sache. Ansonsten ist zu sagen, dass die App auch mit mehreren Ebenen umgehen kann. Das heißt, die App kann mehrere Karten speichern. Zwei Karten sind jetzt meines Wissens möglich. Zwei haben wir auch ausprobiert. Das funktioniert. Also wenn ihr jetzt zwei Etagen beispielsweise reinigen wollt, regelmäßig, also ab und zu den Roboter auch eine andere Etage reinigen wollt, dann könnt ihr für beide Etagen eine Karte anlegen und die werden eben fest gespeichert. Karten haben immer den Vorteil, dass ihr dann eben auch Sperrbereiche einzeichnen könnt. Also ihr könnt irgendwo einen quadratischen oder einen rechteckigen Bereich einzeichnen, wo der Roboter nicht fahren soll. Wenn ihr irgendwo was Leichtes stehen haben solltet, was der Roboter verschieben könnte oder wenn ihr irgendwo Kabeln in einer Ecke liegen habt und da soll der Roboter nicht hinfahren, dann kann man sowas durch einen sogenannten Sperrbereich in der Karte markieren und dann umfährt der Roboter diese Sachen. Also man braucht nicht mehr wie früher so ein Magnetband oder so einen Leuchtturm, so einen virtuellen Leuchtturm, den man irgendwo auftellen muss, wie das bei den Roborock, nicht bei den Roborock, bei den iRobot-Geräten war. Hier geht das alles virtuell, wie es bei den meisten neueren Robotern eigentlich so üblich ist. Das funktioniert auch sehr gut. Es gibt auch Wischsperrbereiche, das heißt, wenn ihr hier jetzt beispielsweise einen Raum habt, der vorwiegend Hartboden hat, also Laminat jetzt in dem Fall, aber es liegt ein Teppich drin und ihr wollt die Wischfunktion nutzen, dann wollt ihr ja nicht, dass der Teppich nass gewischt wird, das macht ja wenig Sinn und deswegen könnt ihr auch den Teppich als sogenannten Wischsperrbereich markieren. Das heißt, der wird beim Wischen, beim Nasswischen wird dann der Teppich immer umfahren, also da wird praktisch nur das Laminat ringsherum gewischt und wenn ihr mal saugt, dann wird dieser Wischsperrbereich einfach ignoriert, weil er ja nur beim Wischen gelten soll, dann wird natürlich auch der Teppich gesaugt. Also das ist also alles sehr praktisch und das kann der Roboter alles. eine weitere Besonderheit ist noch, dass es auch Einstellungen zur Absaugstation in der App gibt. Ihr könnt beispielsweise festlegen, ob die App nach jedem Reinigungsvorgang den Roboter absaugen soll, wie es eigentlich üblich ist oder ihr könnt sagen, ihr habt vielleicht nur eine kleine Wohnung, da macht das, ist der Roboter, ist der Schmutzbehälter so und so nur ganz leicht gefüllt, da reicht es, wenn er bei jedem zweiten Mal oder jedem dritten Mal beim Andocken absaugt, das könnt ihr auch festlegen, dann wird er eben jedes zweite oder jedes dritte Mal nur absaugen. In der Praxis würde ich es allerdings so machen, dass er jedes Mal absaugt, dann habt ihr immer die volle Saugleistung, weil der Filter ja auch immer ein bisschen gereinigt wird beim Absaugen und das ist eigentlich sinnvoll, die Stromaufnahme, die dadurch entsteht, die ist ja vernachlässigbar, weil das Absaugen nur zwölf Sekunden dauert, also es ist wirklich sehr schnell. Das Absaugen da ist zwar relativ laut, werdet ihr gleich hören, wenn ihr nachher gleich absaugt, aber weil es ist ja praktisch ein richtiger Staubsauger in der Absaugstation eingebaut, fast so wie ein Hausstaubsauger und die muss den Roboter ja absaugen und dementsprechend ist es auch genauso laut wie so ein Hausstaubsauger, aber das geht ja nur zwölf Sekunden, keine zwölf Minuten, sondern zwölf Sekunden und das ist natürlich schon erträglich und sollte nicht stören und wenn man den Roboter so und so immer dann starten lässt, wenn man nicht da ist, dann ist das sowieso egal. So, er dockt jetzt an und ihr werdet auch gleich hören, wie er automatisch sich einschaltet und absaugt. Schraubsaugen, schrauben. So, ihr habt's gehört, also das ist schon relativ laut, aber wie gesagt nur zwölf Sekunden und so unangenehm ist es nicht, weil es ein relativ dunkles Geräusch ist, also eigentlich ein bisschen angenehmer als so ein herkömmlicher Netzstaubsauger beispielsweise. Die haben ja früher auch immer riesig Krach gemacht, da ist es fast etwas angenehmer. Ja, jetzt gehen wir noch mal rund. Ihr habt's gesehen, 17 Minuten hat's gedauert. Das ist so die übliche Zeit, wie er reinigt. Ist also sehr flött, der Saugroboter. Da kann man ja gar nicht meckern. Und ich gehe jetzt mal rum, ob da noch Schnipse liegen. Das sieht hier sehr ordentlich aus. Sehr schön sieht das hier aus. Irgendwo werden wir natürlich sicher noch ein paar finden. Wir hatten noch keinen, der nichts liegen lassen hat. Hier liegt noch ein bisschen was. Da sind natürlich noch ein paar Haare zu sehen, die da noch dranhängen, aber Haare hat er relativ gut beseitigt. Also es ist mehr Semmelmehl, was hier eigentlich noch ein bisschen übrig ist. Daher bei so Krümeln, bei so feinen Krümeln, die so in die Tiefe vom Teppich rieseln, da ist er nicht so riesig gut. Da braucht er mehrere Saugforkänge. Das werden wir aber im nächsten Video noch mal genauer untersuchen, wenn wir ihn auf der Testfläche checken. Da waren jetzt ein, zwei Schnipsel, aber das sieht hier schon sehr gut aus, wenn ihr die anderen Roboter seht, die wir dieses Jahr so getestet haben. Wir haben ja schon sehr viele getestet. Auch sehr viele teure Geräte haben wir dieses Jahr getestet. Und in dem Verhältnis gehört er eindeutig zu den Besten, die wir dieses Jahr getestet haben hier. Also der ist schon sehr gründlich. Ab und zu hat er hier noch mal was liegen lassen. Es gibt aber jetzt keine Stelle, wo jetzt gehäuft was liegt, sondern das sind einzelne Dinge, einzelne Papierschnipsel, die können immer mal von der Seitenbürste weggeschleudert werden. Und wenn er da schon gereinigt hat, wenn es natürlich nicht mehr erwischt, dann bleibt das liegen. Das wäre bei einer doppelten Reinigung in der Regel dann auch weg. So, jetzt haben wir mal hier reingeschaut. Beutel ist natürlich noch fast leer, ist klar. Das wird etwa ein, zwei Monate dauern, bis so ein Beutel voll ist. Das ist so meine Erfahrung. Wir haben den vier Wochen getestet. Da war der Beutel noch nicht voll. Und jetzt schauen wir einfach sicherheitshalber mal hier rein, ob er auch wirklich den kompletten Schmutz hier rausgesaugt hat. Das braucht man natürlich in der Praxis nicht. Da kann man sich eigentlich drauf verlassen. Und ihr seht es ein kleines bisschen hier an der Ecke liegt noch. Aber er hat das schon ordentlich abgesaugt. Wenn da mal ein paar Krümel drin bleiben, dann ist das nicht weiter schlimm. Das holt er ja dann beim nächsten Absaugen wieder raus. Und alle ein, zwei Wochen sollte man ja sowieso mal den Filter ein bisschen säubern. Am besten mit der Bürste, die da in der Absaugstation oben drin ist. Und falls da noch mal was drin hängt, kann man das dann auch noch säubern. Also das mit der Absaugstation hat wirklich gut geklappt. Und auch das Andocken, muss ich sagen, ist sehr zuverlässig. Und er braucht auch beim Andocken sehr wenig Platz. Es gibt ja Roboter, die brauchen um die Absaugstation sehr viel Platz, weil sie immer erst weit ausholen müssen, wenn sie da andocken. Sonst können die nicht richtig an die Absaugstation navigieren und gerade dran fahren. Das ist hier bei dem Gerät nicht so. Es braucht sehr wenig Platz, um an der Absaugstation anzudocken. Das hat den Vorteil, dass man die auch in eine Ecke stecken kann oder stellen kann, wo eben viele Möbel stehen, wo eben nicht so viel Platz vorhanden ist. So, jetzt schauen wir uns noch mal die Zonenreinigung an. Das heißt, ich nehme jetzt hier die Funktion Zonenreinigung. Die kann man oben wählen, die Bereichsreinigung. Und kann dann hier einen viereckigen Bereich markieren. Ich versuche mal den Bereich so um den Teppich hier zu markieren, weil der ist ja noch ein bisschen schmutzig gewesen, habt ihr ja gesehen. Und dann kann man diesen Bereich auch gezielt reinigen lassen. So, so ungefähr ist das jetzt. Ich markiere mal ein bisschen mehr, dann fährt er eben hier ein bisschen größeren Bereich. Aber damit er auf jeden Fall noch mal den Teppich erwischt. Und jetzt schalte ich hier mal diese doppelte Reinigung, die ich schon erwähnt habe, die ja auch dauerhaft gespeichert wird, was ja das wirklich Gute ist. Die aktiviere ich mal, damit er eben diesen Teppich jetzt praktisch noch mal über Kreuz reinigt. Und schauen wir mal, ob er da noch was rausholt. Auch hier gibt es den Bug, dass die Karte nicht aktualisiert wird. Deswegen bin ich noch mal in das Hauptmenüge gegangen, auf die Hauptseite und noch mal zurück. Dann wird auch hier wieder die Karte aktualisiert. Das ist wirklich ein bisschen schade, dass da noch dieser Bug vorhanden ist, denn der Operatil gibt es ja nun schon ein paar Wochen. Und von daher hätte man das eigentlich als Update schon nachliefern können. Da sollte man doch ein bisschen flotter sein, denn solche Bugs sollten eigentlich nicht mehr vorhanden sein. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge, dass das noch korrigiert wird. Ja, man sieht schon, er holt noch einiges an Schmutz raus. Das ist schon deutlich erkennbar. Also wenn der Roboter, wenn man ihm etwas mehr Zeit gibt, dann kann er auch größere Verschmutzung durchaus ganz ordentlich säubern. Was er aus der Tiefe herausholt, das lässt sich natürlich jetzt hier in dem Test nicht sagen. Das kann man optisch einfach nicht sehen. Das werden wir im nächsten Video noch mal genauer analysieren, wo wir den Roboter noch mal auf der Testfläche mit verschiedenen Schmutzarten testen. Da messen wir dann richtig, wie viel Prozent er genau rausgesaugt hat. Da geht das natürlich dann wesentlich genauer. Das Video findet ihr im Testbericht bei mir auf der Seite www.akku-undroboter-staubsauger.de. Da werde ich das einbinden, sobald es online ist. Oder ihr abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wenn ihr das schauen wollt. Einfach auf den YouTube-Kanal gehen, unten, da seid ihr wahrscheinlich jetzt gerade schon, unten dann auf Abonnieren klicken und dann die Glocke anklicken. Dann solltet ihr automatisch von YouTube eine Nachricht geben, bekommen, dass eben ein neues Video online ist. Dann könnt ihr das nicht verpassen. Das ist übrigens völlig kostenlos. Ihr könnt das also problemlos machen. Ihr habt keine Nachteile, sondern nur Vorteile. Ihr seht im Übrigen jetzt, dass der Roboter jetzt die Bahn in der anderen Richtung fährt. Also nicht mehr von vor und nach hinten, sondern praktisch von rechts nach links. Also das meine ich mit diesen 90 Grad versetzt. Und dadurch entsteht eben natürlich auf der Karte so ein schönes Kachelmuster und natürlich auch eine entsprechend gründliche Reinigung. Und wenn man bedenkt, dass das jetzt nur eine doppelte Bereichsreinigung ist, den wir jetzt zusätzlich auf dem Teppich noch gestartet haben, dafür ist er wirklich sehr sauber geworden. Also das fand ich schon beeindruckend. Also da gehört der Roboter schon in der Wohnung zu den gründlichen Robotern, die wir dieses Jahr getestet haben. Obwohl er mit Absaugstationen ja doch sehr preiswert ist. Wie gesagt, etwas über 400 Euro im Augenblick zur Testzeit. Die Preise schwanken ja immer ein bisschen. Schaut auch da mal auf meiner Website. Ich verlinke euch mehrere Bezugsquellen. Da könnt ihr die Preise auch immer mal vergleichen. So, jetzt wurde er wieder abgesaugt, habt ihr gehört. Übrigens während des Absaugungs wird am Display von der Absaugstation diese 12 Sekunden, die er absaugt, die werden da immer nochmal angezeigt und wie so ein Countdown runtergezählt. So, jetzt habe ich hier noch einen höheren Teppich hinein gezaubert, habt ihr eben gesehen. Das ist jetzt so ein Teppich, ja, der ist eine ganze Ecke höher, etwas über 2 Zentimeter, 2,5 Zentimeter so in etwa. Der hat so ein höheres Floor, kennt ihr bestimmt. Und jetzt schauen wir mal, ob der Roboter auf diesem Teppich überhaupt fahren kann. Es gibt einige Roboter, die das nicht können. Es gibt auch teure Roboter, die bleiben da stecken. Die schaffen das gar nicht. Man braucht da schon ein bisschen Kraft. Der Motor muss schon ein bisschen Kraft haben, um durch so hohes Floor zu fahren. Und wir nutzen gleichzeitig mal die Punktreinigung. Seht ihr jetzt links auf der Karte? Das ist die Punktreinigung. Die funktioniert ähnlich wie die Bereichsreinigung, nur dass man hier kein Quadrat praktisch einzeichnet, sondern sobald man Punktreinigung oben am Rand wählt, dann erscheint dieses Quadrat und man kann, das hat immer eine feste Größe, weiß ich, das ist jetzt etwa etwas über 1 Quadratmeter, schätze ich, und man kann dieses Quadrat nur verschieben. Das ist eine Art Spotreinigung, wo man eben dieses Quadrat dahin schiebt, wo er reinigen soll. Bei anderen Robotern drückt man einfach den Finger auf die Stelle, wo er reinigen soll in der Karte und dann erscheint ein Punkt. Hier muss man halt dieses Quadrat verschieben. Das hat den Vorteil mit dem Quadrat, dass man besser sieht, welche Stelle er dann reinigt. Ansonsten ist das praktisch gleich. So, also ihr seht, das macht er hier sehr ordentlich. Der Teppich hatte überhaupt keine Probleme mit dem Teppich, fährt schön hoch und fährt also auch ganz normal mit normaler Geschwindigkeit ohne hörbare Schwierigkeiten durch den Teppich. Also auch solche Teppiche kann man in der Wohnung haben. Die werden auch oberflächlich dann gut gereinigt. Dass er hier natürlich nicht viel aus der Tiefe holt, das ist natürlich klar. Bei so hohem Teppich mit so hohem Flur, da holt kein Saugerbot da riesig viel Schmutz raus. Ich meine, das brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr erklären. Das ist einfach so. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen beschleunigt hier im Video. Diese Bereichsreinigung oder diese Spotreinigung genauer gesagt. Das ist ja auch immer noch der doppelte Reinigungsmodus eingeschaltet. Deswegen reinigt er hier immer über Kreuz, also besonders gründlich. Ansonsten würde er es immer nur in einer Fahrweise machen. Da würde es ja doppelt so schnell gehen. Aber es macht schon Sinn, bei manchen Sachen wirklich diese doppelte Reinigung zu verwenden. Und jetzt dockt er wieder an. Staubsaugen starten. So, nochmal ein paar Worte zur App. Die wichtigsten Sachen habe ich ja euch eigentlich schon gezeigt. Ihr könnt auch vieles nochmal auf meiner Webseite nachlesen. Link in der YouTube-Beschreibung. Oben am Rand habt ihr die Möglichkeit auszuwählen, was ihr reinigen wollt. Beispielsweise die Partizionierung. Das steht jetzt für verschiedene Räume, die ihr reinigen wollt. Da könnt ihr die Räume einfach auswählen. Dann auf ganze Karte ist klar. Dann reinigt er alles. Bei Bereich könnt ihr eben einen Bereich einrahmen. Könnt ihr auch mehrere Bereiche einrahmen. Und nur diese eingerahmten Bereiche werden dann gereinigt. Und wenn ihr auf Punktreinigung geht, dann könnt ihr dieses Quadrat verschieben. Dann wird also nur dieser Punkt, also dieses Quadrat praktisch gereinigt. Rechts habt ihr noch ein Symbol, das nennt sich Modus. Damit könnt ihr die Saugleistung einstellen. Gleich werdet ihr das sehen. Hier haben wir vier verschiedene Saugstufen, die ihr oben wählen könnt. Auch hier ist nicht alles perfekt übersetzt. Also ein paar Übersetzungsfehler gibt es hier noch. Darunter könnt ihr die Wischwassermenge einstellen. Und darunter könnt ihr diese doppelte Reinigung aktivieren, die ich erwähnt habe. Die bleibt dauerhaft gespeichert, was ein richtiger Pluspunkt ist. Und darunter habt ihr diese Y-Mob-Funktion, die ich auch schon erwähnt habe. Wo ihr dann beim Wischen praktisch vor- und zurückfährt. Und dadurch eine etwas bessere Wischleistung erreicht. Der untere Button, ermitteln, der steht einfach nur für OK. Das ist der Bestätigungs-Button. Der ist auch etwas ungünstig übersetzt. Hätten sie einfach mit OK oder bestätigen oder sowas übersetzen sollen, nennt sich hier immer ermitteln. Also wie gesagt, ein paar Übersetzungen sind hier nicht so ganz glücklich. Ja, hier kann man nochmal ins Menü reinschauen. Da könnt ihr erstmal die Roboter-Einstellungen wählen. Da könnt ihr die Priorität der Sensoren festlegen. Ihr könnt die LEDs ausschalten, die Kontrollleuchte. Ihr könnt diese Teppicherkennung aktivieren. Ihr könnt bestimmte Zeiten wählen, wo der Roboter nicht reinigen soll. Das ist ja nicht Störenmodus. Eigentlich so das Übliche, was man so heute bei den meisten Robotern kennt. Insbesondere aus dem Xiaomi-Universum, wo der ja hier auch herkommt. Und darunter habt ihr noch einige Einstellungen für die Sammel, für die Saugstation. Da könnt ihr auch beispielsweise das Display ausschalten und dadurch könnt ihr nochmal etwas über 1 Watt sparen und den Stand-by-Strom nochmal reduzieren. Und ihr könnt wählen, wie groß eure Wohnung ist, ob dann eben jedes Mal abgesaugt werden soll oder nur jedes zweite oder jedes dritte Mal. Dann gibt es hier natürlich noch das Reinigungsprotokoll, wo ihr alles aufzeichnet, wann ihr gereinigt habt und wo gereinigt. Wird auch eine Karte dazu gespeichert. Ja, das Übliche eigentlich dann noch die Verbrauchsinformation, wann irgendwelcher Filter gereinigt werden muss oder ausgetauscht werden muss oder die Börse. Dann die Spracheinstellungen. Hier könnt ihr eine deutsche Frauenstimme und eine deutsche männliche Stimme wählen, was doch schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Hat man sonst selten. Finde ich ganz gut. Dann gibt es noch den Fernsteuermodus. Der ist noch vielleicht ganz interessant. Den zeige ich euch jetzt nochmal in Aktion. Da könnt ihr also praktisch mit Tasten den Roboter fernsteuern. Kennt man ja auch von einigen anderen Robotern. Und ja, wie ihr seht, das funktioniert eigentlich auch ganz ordentlich. Ja, wie ihr seht. So, wie ihr seht. Ja, wie ihr seht. Warum ihr seht? Ach ja, wie ihr seht. Untertitelung des ZDF, 2020 Bedienungsmodus verlassen. Aufladen startet. Und dann kann man ihn natürlich auch mit den unteren Tasten wieder zur Ladestation oder zur Absaugstation zurückschicken, was ich jetzt mache. Jetzt dürfte er glaube ich nicht abgesaugt werden, wenn ich mich nicht täusche, weil er jetzt weiß, dass wir noch nicht viel gesaugt haben und dann saugt er glaube ich nichts ab. Ja, das sind die Funktionen. Ansonsten haben wir noch, ja man kann, wenn man die Position nicht weiß, wenn der Roboter sich mal verfährt, kann man ihm was rufen lassen. Positionierung des Care-Roboters, das ist das. Und ansonsten die üblichen Funktionen, die man eigentlich hier in der Xiaomi App immer hat. Hiermit kann man eben die Update-Version nochmal abrufen und falls Updates da sind, wird das dann angezeigt und dann können die per Klick installiert werden. Das ist eigentlich das, was die App alles kann. So, das soll es erstmal bis hierhin gewesen sein. Mehr dann im Testbericht und im nächsten Video. Den Testbericht und den Link dazu findet ihr in der YouTube-Beschreibung unten oder einfach gehen auf www.akku-und-roboter-stabsauger.de. Schon mal ein kurzes Fazit. Das ausführliche Fazit findet ihr ja im Testbericht. Die besonderen Stärken, die mir gefallen haben, ist eben die gründliche Navigation, sowohl bei der einfachen als auch bei der zweifachen Reinigung. Dann natürlich die Absaugstation, die im Lieferumfang dabei ist. Die hat sehr gut funktioniert, sieht auch optisch gut aus und ist natürlich besonders hygienisch. Natürlich der günstige Preis, der Gesamtpreis für das Paket, wie gesagt, zum Testzeitpunkt inklusiv Absaugstation um die 400 Euro, etwas drüber. Und das fand ich doch einen sehr guten Preis. Dann natürlich die üblichen Funktionen, die die App bietet. Live-Karte, Sperrbereiche, Wischsperrbereiche, Raumaufteilung. Alles, was man sich wünscht, ist hier vorhanden. Dann der doppelte Reinigungsmodus, den man hier dauerhaft aktivieren kann, wo er dann um 90 Grad versetzt reinigt und so besonders gründlich. Das finde ich wirklich eine praktische Sache. Dann der große Akku, der verbaut ist. Also da hat man nicht gespart, sondern wirklich ein 5200 mAh Akku. Und dann natürlich die gründliche Reinigung auf Hartboden. Was mir nicht so gut gefallen hat, waren die Übersetzungen in der App. Da sollte man nochmal einen Übersetzer heransetzen. Da sind noch einige Übersetzungen nicht gut gelungen. Das sollte man unbedingt im Update korrigieren. Ebenfalls gibt es noch kleinere Bugs, die wir auch hier im Video gesehen haben in der App, wo eben die Anzeige nicht aktualisiert wird. Das sollte man ebenfalls noch korrigieren. Denn ansonsten noch eine Schwäche ist die Tiefenreinigung auf Teppich. Das haben wir hier im Video eigentlich weniger gesehen. Die oberflächliche Reinigung ist eigentlich recht gut. Aber aus der Tiefe holt er halt wenig raus. Aber das werden wir im nächsten Video nochmal näher einsprechen. Ja, das war's eigentlich bis hierhin. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, macht einen Daumen nach oben. Oder am besten noch, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Abonniert den Kanal, kostet euch nix, bringt mir aber was. Und ansonsten dann bis zum nächsten Test. Ciao mal wieder.